Hallo und herzlich willkommen zu, wie heißt er denn nochmal hier, Mechanica, 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 wisst ihr ja, wir machen direkt weiter, es ist scheiße, 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 oh nein, das geht direkt gut los, okay, raus, siehst du, ich habe jetzt keine Zeit für sowas, fertig nicht, komm mal auf, mach mal Platz, komm hier, mach Platz, richtig hin. Ich bin nur ein bisschen aufgeregt wegen den Viechern hier. Angriff von zwei Seiten war das. Ja, ja, kommt mal rein. So wird das nichts, ich wollte den Tag nutzen, Leute, ihr müsst abhauen. Ist das zu laut? Ich weiß es nicht. Nein, 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 geh weg, hau ab, Arschloch. Ich sag ja, das, äh, es ist nicht sicher, es ist nicht sicher hier. Ah, eine Batterie, sehr schön. Siehst du, die drücken sich hier rein, ey. Reicht das schon zum Heilen? Ein bisschen, ja. Wir heilen auf jeden Fall. Ja, jetzt. Nein, nein, nein. Oh. Oh. Ja. Mit dem werde ich auch noch fertig. Na komm, mach schon. Aber ihr seht, die Türen sind halt alles andere als sicher. Oh, danke. Echt jetzt. Ein paar Schräubchen. Ich komm hier raus. So, jetzt. Da ist noch ein Barren. Sonst noch was. Sieht nicht so aus. So. Und jetzt, wie versprochen, gucken wir mal rum. Wo gehen wir denn hin? Kann ja, man kann ja auch noch hier so ein bisschen, äh, hab ich eigentlich was zu essen mitgenommen? Wir haben Blueberries bei, das ist gut. Äh, Blueberries, Muffins. Muffins haben wir bei. Gucken, was wir noch so finden. Kann man da oben rauf? Oh. Nämlich. Nämlich. Das sind schon weite Wege, die man hier, äh, zurücklegen muss, ne? Da oben in der Ecke, wo, äh, mein Bildchen ist, steht übrigens nur Early Access. Da ist, äh, ich glaube, da ist kein, kein Hat. Interface, was auch immer. Da waren wir, da waren wir ja eben, ne? Bei diesen, äh, da hinten. Gehen wir mal da hin. Ich weiß nicht, ob meine Energie schneller verbraucht wird, wenn ich renne. Aber um den Tag besser nutzen zu können, damit wir nicht so lange unterwegs sind, rennen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Hier sind wieder so Kisten. Weiß nicht, ob wir die unbedingt brauchen. Ist das ein Scheinwerfer? Nehmen wir. Oh, oh. Eine, äh, ich weiß nicht genau. Äh, Scheinwerfer nehme ich. Und was ist, was? Was hätte der denn gemacht? Nur Licht an oder so? Hätte man mit dem, äh, Programmiergerät gucken müssen. Das sind leere, äh, leere Fässchen, ne? Das ist nicht schlecht. Was ist das da hinten? Oh, die, Odyssee, ne? Das ist die, äh, das ist wahrscheinlich Kupfer, ne? Zeig ich dir das eigentlich irgendwie nur wie eine Tax, ne? Achso, jetzt hätte ich jetzt ja Kupfer. Ich glaube, es gibt nur diese drei, äh, Sachen Kupfer, Eisen. Ist nicht schlecht, da ein Kupferpatch, hier ein Eisenpatch. Nicht so schlecht. Aber da ist eine Hütte. Oh. Ja, super. Ein Bild. Na, wenigstens das. Da ist wieder nur so eine Höhle oder so da hinten. Ach. Ach, du glaubst es nicht. Ich kann hier gar nicht weitergehen. Ja, schön. Da, äh, scheint es noch nicht viel zu geben. Okay. Aber das kommt dann noch. Ist ja alle Excess, ne? Odyssee. Kommt die Roboter hier raus? Oder was passiert da? Kupfer. Kupfer. It's heaven in a can. Ist klar. Da ist ein Haus. Ne, ne. Das ist halt eine Kirche. Ob Paletten. Ob die jetzt für was gut sind, weiß ich nicht. Ah, hier so Tischchen. Eine Couch. Ich kann erst mal die Kirche ausräumen. Oh, eine Lampe. Ah, eine Lampe. Das ist ja nicht sehr christlich, was ich hier gerade mache, ne? Ah. Oh. 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 Oh, okay. Oh, okay. Branch. Turn. On. Turn off. Da ist nichts drin. On Trip. Manual Trigger. Warum die da drin sind, weiß ich nicht. Das ist genau das, was wir brauchen. Das ist genau das, was wir brauchen. Und den hier. Nein. Jetzt. Kannst du die auch mitnehmen? Ne, die kannst du nicht mitnehmen. Man muss ja nicht alles mitnehmen. Aber man kann drüber hüpfen. Oh, hier ist zweimal Lithium nebeneinander. Auch gut. Könnte man sich auch die Kirche ausbauen, oder? Wo ist die Sonne? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber ich überlege, ich überlege gerade auch, ob wir vielleicht nicht trotzdem schon mal nach Hause gehen und vielleicht noch mal ein anderer mal weiter erforschen. Oh, da ist ein Leuchtturm. Oh, da ist ein Roboter. Ist nochmal so eine Pflanze. Aber ich glaube, das sieht mir nicht so aus, als wenn ihr da Essen oder so rauskriegt. Ja toll. Nochmal ein Bild. Komm, das Bild nehmen wir mit. Das Sofa lasse ich jetzt stehen. Ich glaube, wir haben Sofas. Oh, Schilder. Ne, Schilder kriegen wir nicht. Kartoffeln. Dann könnte man jetzt bei Tage noch so ein Odyssee-Ding oder was. Bei Tage könnten wir dann schon mal eine Falle aufbauen. Und, ähm, sind dann hoffentlich für die Nacht ein bisschen besser gerüstet. Ich weiß es nicht. Mal sehen, was, äh, was die Maschinchen bis jetzt für uns getan haben. Oh, das hat, warte mal. Wollte gerade einen Schluck Kaffee trinken, aber das hat nicht sollen sein. Es sind überall so Patsche, ne? Gut verteilt auf der Map. Ja, gleich wird dunkel. Ich renne mal ein Stück. Ich nehme aber noch hier die Blaubeeren mit. Oh, das ist weit, ne? Oh, jetzt bin ich erschöpft. Ist das hier eine Höhle? Das ist mir, ist jetzt noch gar nicht aufgefallen, dass man hier so drunter hergehen kann. Aber ist das hier um eine Ecke? Nicht zu fassen. Also mit der Programmierung ist manchmal ein bisschen tricky. Das, äh, muss nicht immer so beim ersten Mal funktionieren. Aber so eine Falle kriege ich, glaube ich, hin. Ich glaube. Aber, mal sehen. Ähm, was ich auf jeden Fall dafür gerne hätte, ist, äh, eine andere Tür. Das war hier. Dafür brauche ich... Oh, ich habe gar kein Eisen mehr. Aber gleich, aber gleich. Gleich habe ich Eisen. Ah, der arbeitet noch schön. 27. Junge. Ach, guck mal hier. Kartoffel. Und da ist nochmal... Mann, 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 Mann. Ähm, Tür. Genau so eine. Ähm, nein. Das, äh... Das heißt, die weg. Oh. Das war jetzt aber nicht von der Tür. Das war wahrscheinlich eben doch von den Kollegen. Ach so, kann ich, äh... Dann wird die so rum aufgehen, quasi. Was wäre denn... Ist egal. Okay, ähm, pass auf. Die stehen ja hier vor der Tür, ne. Das heißt, ich mache den da hin. Das wird jetzt ganz simpel. Dann nehmen wir diese Knöpfe schon. Das packen wir da hin. Verbinden die. Und sagen. Ich weiß nicht. Ähm. Ne, Event ist das. Und Button Push. Die Falle. Manual Trigger. So. Den da rein. Probieren wir. Genau so. Ich hör die da schon wieder. Ach du, komm mal her. Das war nur so ein kleiner. Batterie. Kabel. Und von dem kriegen wir ein Chassis. Ein Roboter-Chassis. Och, guck mal, was hier steht. Mensch. Junge. Da ist schon ein Bild, siehst du? Wo ist unser anderes Bild hier? Patsch. Da ist eine Banane. Oh, alter. Warte, 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 warte. Äh. Yeah. Sag ich nur. Ähm. Und wir haben ja auch ein Laser Tripwire. Theoretisch könntest du damit auch. Aber wenn ich jetzt hier so ein Ding hinsetze und die Falle damit so direkt auslösen lasse, dann kriege ich die jedes Mal in die Fresse. Deshalb, äh. Wir machen das erstmal mit einem Knöppchen. Was können wir eigentlich Defense? Guck mal hier. Nur ein Kupferkabel und noch eine Schraube. Wenn man jetzt nur ein Kupferkabel machen könnte, ne. Aber ich bin da gerade guter Dinge. Hoho. Hoho. Boah. Und jetzt noch so eine für, für, ähm. Für Lithium. Das wäre gut. Hier ist auch, äh. Es sind keine Fenster drin. Hier ist so eine Maschine. Damit kannst du irgendwie Glas erzeugen, wenn da denn, äh. Batterien reinsteckst. Wir sind aber so ein bisschen low on Batteries. Deshalb, äh. 18 Uhr 8. Es wird dunkel. Deshalb würde ich das jetzt erstmal gerne sein lassen. Wir haben hier auf jeden Fall Sprit drin. Und, ähm. On. Und da können wir uns hier mal ein bisschen, ähm. Kupferbarrenbraten. Wenn, wenn du, wenn du denn da reintriffst. Ist eine coole Physik in dem Spiel. Ich mag das. Ich mag das sehr. Oh, ich glaube, der ist jetzt, der ist jetzt direkt da reingefallen. Ah, Mist. Mann. Oh, ne. Doch nicht. Das würde ich auf jeden Fall noch irgendwie automatisieren gerne, dass, äh. Ich halt nicht machen muss. Irgendwie. Ähm. Ähm. Aber wir haben Kupferbarren. Und wir machen, wir machen jetzt einfach mal hier 10 Kabel. Was, was, was genau wollte ich jetzt bauen? Defenses? Genau. Screws. Und jetzt kann ich noch so eine Falle machen. Jetzt bräuchte ich noch einen Knopf. Knopf. Screws. Ich mach mal ein paar Schrauben. So. Jetzt hab ich noch einen Knopf. Und. Das Ding. Oh, 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 oh. Drehen. Oh, 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 oh. Aber es ist gut genug für einen, der kein Bier gibt. So. Und jetzt können sie meinetwegen kommen. So. Der. Da dran. Programmieren. Äh. On-Button-Push. Äh. Manual-Trigger. Da dran. Ausprobieren. Ja. So läuft's. Wir haben so ein Small-Robot-Chassis. Warte mal. Ich möchte eine Kiste haben. Die stelle ich jetzt hier hin. Die Robotics. Oh, vier Circuit Boards. Vielleicht sollten wir erst mal andere Sachen machen. Ehrlich. Ich brauche. Ich brauche hier so ein. So eine automatische Pumpe. Ich brauche viel. Ehrlich. Einen Autocrafter haben wir, ne? Einen Autocrafter haben wir. Eine Pumpe. Die ist aber schon teuer. Bist du fertig? Ja, ne? Warte mal hier. Ich habe noch ein bisschen. Ich habe noch mehr, ne? Das sollten wir uns auf jeden Fall mal eben wegbraten. Ich möchte auf jeden Fall erstmal noch so einen Autominer haben. Und der braucht ein Circuit Board. Können wir das nicht bauen? Circuit Board. Guck mal. Autominer und Screen. Screen. Einen geht. Zweimal. Ne, der hier. Sehr gut. War ganz zu wenig. Eisen. Holen wir uns mal eben. Oh, wir müssen essen und trinken. Erläuft. Essen und trinken. Vergesse ich in diesem Spiel grundsätzlich. Wo ist, ja, erstmal die Muffins. Die geben nämlich auch ein bisschen Flüssigkeit. Boah, die hauen rein, echt. Die sind gut. Kommt noch ein. Dann heilen wir auch, ne? Sehr gut. Jetzt haben wir nichts zu trinken mehr. Sieben Batterien haben wir noch. Ähm, wir haben den Miner, tu die mal weg. Wir haben den Miner und wir brauchen zweimal und können eine Kiste machen. Wieder falsch. So, eine Kiste. Batterie haben wir. Und jetzt gehen wir zu dem Lithium Patch. Zack. Zack. Erstmal eine Batterie rein. Und lassen den schön für uns Lithium da raus holen. Dann haben wir schon alle drei Erze automatisiert. Jetzt wird natürlich noch interessant, auch das Öl zu automatisieren. Wir haben... Wir haben... Wir haben... Ihre Fässchen, ne? Sehr gut. Wundert mich gerade, dass wir noch nicht behelligt wurden. Von irgendwen. Wie viele haben wir denn von den Fässchen? Die kann er aber glücklicherweise auch stecken. Drei Stück haben wir noch. Dann machen wir die auch direkt, äh, fertig. Jetzt sind wir auch wieder voll geheilt. So geht nicht mehr. Und dann haben wir ein bisschen... Ein bisschen Öl. Aber jetzt kommt keiner. Jetzt, wo ich mich ausgerüstet habe, weißt du? Jetzt, wo sie kommen können. Ich will das doch ausprobieren, Mann. Das Beste wäre jetzt noch, wenn da irgendeiner wieder voll machen würde. apropos voll machen hier sollten immer batterien drin sein drei wasser schön mal gucken ob ein bisschen lithium schon da ist ja gut viel wird jetzt nicht sein zehn stück immerhin mal sehen was wir damit jetzt schaffen können irgendwie macht hat axt wenn das ding darüber hängt zu der ofen ist noch an ich glaube also ich bin mir da wirklich nicht sicher ob der langsamer zumindest verbraucht wenn der nichts macht aber der verbraucht auch die batterien werden verbraucht wenn die wenn die dinger nichts machen also ist nicht so dass gar nichts verbraucht wird wir haben auf jeden fall ein bisschen kupfer haben wir überhaupt noch lithium wir haben gar kein lithium ich weiß jetzt aber gerade ich glaube lithium brauchst du ich glaube du brauchst nur für batterien bin mir nicht ganz sicher ja gut was auf jeden fall interessant wäre wäre hier so ein so ein pumpgerät brauche man circuit board small screen das heißt wir brauchen auf jeden fall noch mal zehn kupferkabel plastik 1 2 3 plastik machen wir mal ein circuit board screws brauchen wir sowieso auch wir haben aber nicht viel eisen hat ich das schon ausgeholt jetzt wie sieht es denn hier überhaupt aus ich mir um no power o gar nicht gut noch mal zwei rein und wir haben zwar noch benzin aber nur hier drinnen hier ist auch nicht mehr die welt aber ich kippe mal auf so ein schlückchen drei da und weißt du was brauchst du eh du brauchst das eisen also was kostet der geiz jetzt haben wir noch fünf batterien ok so zu ähm guck mal hier die wachsen auch im haus ach den kack hier ne ich hätte das ich hätte das gar nicht mitnehmen sollen ich mal machen wir uns hier schön so war noch ein sofa ich habe noch tische hat man so tische nennt ja aber oh die snappen so sonst noch eine ohne fahrschein hier ganze äh tür rein machen hier haben wir noch lampen guck mal da sieht das gleich viel wohnlicher aus hier so scheinwerfer chemische ich hab das ding bis jetzt äh noch nicht benutzt ich hab keine ahnung äh ach hier plastik und benzin ok ähm werden wir ausprobieren werden wir ausprobieren ich weiß schon nicht mehr ich weiß schon wieder nicht mehr was ich noch machen wollte ich wollte ich wollte ich wollte den pump jack machen small screen small screen ein glas nein hab ich das vielleicht hier reingepackt nein wir haben kein glas verdammt äh schon wieder keine schrauben mehr wo ist die kiste oh man batterien da müssen wir batterien machen dann stellen wir oh stellen wir nicht komm schon das geht ich weiß nicht ob das reicht äh batterie rein und und es geht unglaublich schnell wie man sehen kann verdammt ey ja gut äh dann müssen wir das glaube ich auf die nächste folge verschieben ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen ich hoffe euch hat er gefallen also wieder der aufruf äh sagt mir mal was ihr von dem spiel haltet und äh ansonsten tschüss bis zum nächsten mal euer Nupsi tschüss ich mich und abschill